Ich trage immer, das ist mein Lieblingsduft, seit es den gibt, von Christian Dior, Bois d'Argent. Das ist einer der non-kommerziellen Düfte, die Edith Liman damals noch für Dior Homme kreiert hat. Nein, das ist einfach pure Vanille. Okay. Cool. Immer Missy Ocherie. Mit Joe Malone gibt es einen Feigenduft. Ganz toll. Mein Lieblingsduft, Kilian, Love. Mein Lieblingsduft ist Chance von Chanel. Vielen Dank. Und generell Babys und frisch gedufte Männer.